Das geht ja fix. Und warum ist das eigentlich so ein komplizierter Hebelmechanismus hier? Damit man mehr Kraft hat. Weil du wahnsinnige Kräfte brauchst. Du drückst ja praktisch nur der Hub hier. Das ist ganz minimal. Und deshalb ist hier eine wahnsinnige Hebelübersetzung. Was denkst du? Das Zeug wird Knorren hatte. Das hier ist schon vier Jahre lang hier drauf und ist noch nichts runtergefallen. Aber das geht wirklich gut. Und jetzt lassen wir das Gleiswittel antrocknen und nach zwei Stunden gehe ich dann mit der Drahtbürste oder irgendwie, dass das dann hier abgebürschtet wird. Das machen wir dann später mal. Erst wenn es hart ist. Gut.